Heute will ich über ein Thema sprechen, das mir wirklich sehr am Herzen liegt, weil ich werde immer wieder mit Vorurteilen gegenüber der Technologie konfrontiert und zwar in dem Sinn, dass die Technologie irgendwie die angestammten Händler kaputt macht. Und ich glaube, dass die Technologie allein nicht schuld ist, dass auch nur ein einziger Einzelhändler oder ein einziges Hotel in Konkurs geht. Das Problem liegt immer ganz woanders. Was ich damit meine ist ganz einfach, nicht die Technologie macht die kleinen Unternehmen kaputt, sondern es ist der Mangel an Kundenservice, der Unternehmen kaputt macht. Wenn du dich nicht um deine Kunden kümmerst, dann werden die irgendwie, wenn sie einen anderen Weg finden, dich umgehen und dich ausschalten und ihr Produkt oder deine Produkte lieber woanders kaufen oder deinen Service sich irgendwo anders holen. Ein paar Beispiele dafür, was ich meine. Netflix wird immer vorgeworfen, es hätte Blockbuster Video in den USA zerstört. Ist aus meiner Ansicht nach ist das komplett falsch, sondern das, was in Wahrheit passiert ist, Netflix hat uns einen einfachen Weg gegeben, wie wir Videos anschauen können, während Blockbuster Videos, da hast du müssen rausgehen, da hast du müssen hingehen, da hast du müssen eine Videokassette holen. Wenn du sie nicht rechtzeitig zurückgegeben hast, hast du immense Strafgebühren gezahlt. Das Ganze war sehr, sehr mühsam für die Klienten und alles, was Netflix gemacht hat, hat es einfacher gemacht für die Klienten und für die Kunden und deswegen haben sie angefangen, Netflix zu nutzen. Zweiter der Airbnb. Airbnb ist da, um einfach Sachen einfacher zu machen. Airbnb, klar gibt es Leute, die gehen zu Airbnb, weil es günstiger ist, als in ein Hotel zu gehen. Die Frage ist aber, ob die dann überhaupt dorthin fahren würden, wo sie hinfahren, wenn es dort nur teure Hotels geben würde. Ich habe aber selbst einmal erlebt, ich war in Barcelona und zu dem Zeitpunkt waren in Barcelona sechs Hotelzimmer frei. Alles andere in Barcelona war belegt und wenn es da Airbnb nicht gibt, können manche Menschen dort gar nicht mehr hinfahren, weil so viele Leute dort hinfahren wollen. Klar, da kann man jetzt sagen, Tourismus zerstört die Stadt, stimmt, aber für die Konsumenten ist es wichtig, dass es einen Ersatz zu den Hotels gibt, wenn alle Hotels voll sind, weil wenn in Barcelona drei, vier Messen gleichzeitig sind, ist alles voll. Anderes Beispiel, Apple. Apple wird immer wieder vorgeworfen, dass die quasi im Alleingang die Musikindustrie zerstört hätten, vielleicht nur mit ein bisschen Hilfe von Napster, aber alles, was Apple gemacht hat, ist, es hat mich aus dem Zwang befreit, ein ganzes Album zu kaufen, wenn mir nur ein einziges Lied gefällt. Warum muss ich das ganze Paket kaufen, wenn ich nur einen einzigen Teil davon haben will? Diesen Zwang hat Apple weggenommen, klar, jetzt kann niemand mehr ein Konzeptalbum machen, stimmt nicht, können sie natürlich trotzdem noch und die echten Fans, die ein Konzeptalbum haben wollen, würden es trotzdem noch kaufen, aber die breite Masse, die ein Konzeptalbum niemals haben wollte, den müssen sie nicht mehr kaufen und das ist jetzt keine Schuld von Apple, sondern da hat uns in Wahrheit Apple einfach nur aus den Zwängen der Musikbranche befreit. Vielleicht sehe ich das falsch, vielleicht siehst du das anders, hinterlasse einen Kommentar, wenn du das anders siehst, aber das gleiche ist mit Amazon. Ja, klar, ganz viele Einzelhändler sagen, Amazon macht mich kaputt, weil die haben billige Preise oder die können schneller liefern, naja, denken wir darüber nach, die können schneller liefern. Was der Chef Bezos gemacht hat, ist etwas ganz Großartiges. Der Chef Bezos hat sich von Anfang an draufgesetzt und hat gesagt, wir müssen das beste Kundenservice liefern und ich weiß es selbst von Beispiele von Kunden von uns, die versucht haben auf Amazon Produkte zu verkaufen und wenn die dann ein Produkt auf Amazon verkaufen und nicht schnell genug liefern, werden die sofort von Amazon gestoppt. Bei Amazon weiß ganz genau, wenn das Kundenservice nicht mehr passt, dann werden die Leute nicht mehr bei uns kaufen und deswegen müssen sie es ihnen so einfach machen, wie irgendwie möglich und da arbeiten die den ganzen Tag dran. Wir sind selbst im Onlinehandel, wir checken dauernd was passiert und wenn man die Evolution der Amazon Webseite anschaut, die entwickeln sich so schnell weiter und die machen das so gut und immer einfacher für den Kunden und genauso musst du es mit deinem Geschäft auch machen. Ich habe gerade selbst gestern ein Beispiel erlebt, ich wollte in einem Zweihaubenrestaurant einen Tisch reservieren, dass du das Gefühl hast, einen Tisch, wo in Summe werden auf dem ungefähr 1500 Euro konsumiert werden, ich habe den Fehler gemacht, ich habe dort angerufen und dann habe ich tatsächlich noch einen Zusatzwunsch geäußert und die Rückmeldung war, das kann ich leider telefonisch so nicht annehmen, bitte schicken Sie uns eine E-Mail und ich denke mir, oder besser war noch, entweder schicken Sie mir eine E-Mail oder rufen Sie nächste Woche an, wenn der bessere Kellner wieder da ist und ich als Konsument denke mir, na, ich muss uns nicht nächste Woche wieder anrufen, ruft gefälligst ihr mich wieder an, wenn ihr ein Geschäft mit mir machen wollt. Unsere Kunden rufen uns auch nicht wieder an, wir müssen Sie anrufen und das ist der einzig richtige Weg, wenn ich Konsument bin, dann soll sich jemand um mich kümmern und das war in dem Restaurant gestern überhaupt nicht der Fall, schrecklich. Oder anderes Beispiel noch Uber, das angeblich die Taxis kaputt macht, weiß ich nicht. Also wenn ich, ich fahre sehr oft in Villach mit dem Taxi, ich fahre vielleicht nicht mit dem Uber, weil ich glaube in Villach gibt es einen, der sich bei Uber angemeldet hat, aber ich fahre in Villach immer mit dem gleichen Taxiunternehmen und das sind die, die die App anbieten, weil die App ermöglicht es mir nämlich, dass ich im Büro bleibe, ein Taxi rufe, dann sehe ich, wie das Taxi herkommt, ich habe dauernd eine Anzeige, die mir sagt, das Taxi braucht noch zwei Minuten, es ist gerade da und ich weiß ganz genau, wann ich aus dem Büro losgehen muss und kann bis dahin weiter arbeiten, das heißt in Wahrheit, das Taxiunternehmen spart mir Zeit, in der ich besser und schneller und noch mehr arbeiten kann oder noch mit meinen Leuten zusammen sein kann und erst dann gehe ich auf die Straßen, wenn das Taxi wirklich kommt. Im Gegensatz zu den anderen Taxiunternehmen, wo ich anrufen muss, die mir dann sagen, naja, das Taxi kommt in den nächsten zwölf Minuten und ich stehe dann auf der Straße elf Minuten und warte darauf, dass ein Taxi kommt, das ist kein Kundenservice. Und klar, dass die in den großen Städten alle von Uber überfahren werden, weil es auch so ist, wenn du schon mal Uber gefahren bist, dann merkst du bei Uber ist so, da sind die Fahrer irgendwie freundlicher, weil sie danach bewertet werden und das hätte ich eigentlich gern. Wenn ich mit jemandem mitfahre, hätte ich eigentlich gern, dass der freundlich ist und ich hätte nicht gern, dass der sinkt während der Fahrt oder mich volllabert, ich will einfach nur irgendwo hinkommen und wenn ich ihn danach bewerten kann, dann reißt er sich zusammen. Und das ist das, was ich unter Kundenservice erwarte. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Schreib mal einen kurzen Kommentar dazu, wie du das siehst. Auf jeden Fall noch viel Erfolg und einen schönen Tag. Es geht mit. Untertitelung des ZDF, 2020